Hallo! So. So, warte mal kurz. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo ist der Hayopai? Von denen wird's keiner sein. Oh Gott, ey. Ich hab das Gefühl, dass er hier irgendwo... ...dass er hier irgendwo feststeckt. So, jetzt ist er draußen. So, da ist er nämlich. So, du alte Scheißding. Was? Schon wieder ein Überfall? Da kommt schon einer an. So ist er. Kommen nicht irgendwann auch richtig starke Gegner, sag mal? Da kann man mal ein Follow da lassen. Da kann man mal echt ein Follow da lassen. Für das harte Battle hier. Wo sind die denn jetzt? Panzermacher. Panzer? Kann ich hier mit einem Tigerpanzer durchfahren oder was? Oh, wach. So, die Glocke. Hier müsste irgendwo ein Wegstein sein. Oh, das ist grad schon wieder hier... Oh! Sag mal. Das find ich aber nicht okay, was du hier machst. Achso, das sind die... Ja doch, war richtig. Ich hoffe, das war richtig. Da ist ein Wegstein. Juhu! Da oben ist er. Der Diener. Oh, das ist grad hier ein bisschen schlierig, ne? Aber why is it so? Klar, natürlich. Der Eisengolum macht einen Scheiß. Wie immer? Oh Gott. Oh, ist das grad am Längen. Oh, was ist denn jetzt los hier? Was ist denn jetzt los hier? Stell dir vor, du spielst so drei Stunden und merkst dann, dass du vergessen hast, aufzunehmen. Das wäre natürlich noch belastender. Ja. Das wäre noch belastender, so. Ja, okay. Ein ganzer Plan einfach. Ciao. So, jetzt aber gut. Noch ein Überfall. Äh. Robustes Gewebe. Biong. Biong. Was ist das denn? Ingenieur-Arbeitstisch. Den werde ich mir gleich mal ziehen. Okay. Irgendwo von hier hinten, ne? Ach, da ist schon wieder das Moped. Ja, komm. Na, wo ist er denn? Da, das müsste er sein. Wo ist er denn? Ach, der ist... Ach, der backt da in meine Gegend rum. Das gibt's doch nicht. Das alte Scheißdingen. Äh, ich meine natürlich das alte... Das alte Pupsekissen. Äh, 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 äh. Der fliegt hier durch die Gegend. Wo ist er denn? Ja, sag mal. Ja, der ist hier drin, ne? Das muss der sein hier. Ah, ich krieg grad richtig einen auf die Schnauze. Nööööööööööööööööööööööööööööööööööööst. Okay, ciao. Kann ich auch mal rennen? Ich steck einfach in die Hose und zerschöne den ganzen Tisch. So nämlich. 50. 50 Leben. Ja. Schau. Ich muss so durchlöchert aussehen. Oh, mein Helm ist kaputt. Ah, nein. Ah, fuck. So, ich hoffe, der macht hier nichts kaputt. Der, was auch immer das sein mag. Nein. Ah, komm. Pack den Scheiß einfach jetzt hier rein. Keine Zeit für so einen Kappes. Alter, Falter. Und ein paar Schuhchen. Danke. Das ist ein nicer Skin. Der, vor allem, der das geilste ist. Warte mal, das sieht man jetzt gar nicht. Wenn ich das jetzt mal hier wegnehme. Ah, der hat jetzt den Scheiß Rucksack auf, ne? Ja, muss ich mal später mal zeigen. So. Na, guck mal, kämpft da gegen ne Dings? Ach, ey. Der geht mir so auf den Sack von ihm dieses Scheiß Schlamm hier, sage mal. Ey, das kann nicht wahr, Stein. Wo ist der denn? Oh, jetzt kommt auch noch das dicke Moppet da an, Alter. Ich hoffe, der macht nichts kaputt. Hallo. Äh, was? Alter, die triffste gar nicht richtig. Das kann nicht wahr sein. So. Der muss doch auch irgendwann mal tot sein. Oh, da ist schon wieder der Scheiß Händler. Der geht mir auch am meisten auf den Sack. Der ist hier nirgends nur dabei. Doch, da war er. Ah, Gott sei Dank. So, jetzt ist noch da die Hexe. Naja, komm. Du geh mir jetzt auch nicht auf den Sack, verdammt nochmal. Mein Gott. So. Wie viel cooler, wenn man seinen Doppelgänger kaputt hauen könnte. Ja. Da ist er, Dinkel. Jetzt mache ich nämlich den Move 3000. Hallo? Da hinten ist es jetzt. Oder warte. Macht es doch irgendwas kaputt? Nee. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Alter, habe ich mich erschrocken. Warum hat das eigentlich die gleiche Nase wie die Dinger? Oh, ich bin gleich tot. Nein, doch nicht ins scheiße Wasser. Alter. Geh kaputt. Geh kaputt. Verbleibende Räuber 2. Ich hoffe nur normale. Alter, das ist der Kampf meines Lebens hier. Aber da muss es ja irgendwann mal gewesen sein. So, die Bellen sind böse. Alter, Alter. So, wo sind jetzt die letzten zwei Räuber? Ming. Okay. Ah, da unten. Oh nein, es ist wieder so einer. Ach, Gott sei Dank. Äh, hier hinten bin ich. Hallo? Das müsste aber doch jetzt mal... Noch ein Überfall? Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Geh da rein! Ah, ich kann nicht mehr mit den scheiß Überfällen. Weißt du, was ich mal schnell mache? Falls ich hier sterben sollte, bin ich direkt an der Quelle. Das ist ein Panzermacher oder irgendwie sowas? So, wo kommen sie her? Hallo? Vor allem mit dieser chilligen Musik dabei, weißt du? So, es wird Nacht. So, ich nehme den direkt mal mit, ne? Dann brauche ich den nicht bauen. Dann brauche ich den zu Hause nicht bauen. So, hat der hier so. Dann warten wir mal eben kurz. So, die Laterne nehme ich auch mit, weil ich... Nein! Ach, diese Scheiße. Ich glaube, es sind die missgestalten Versionen von Taddeus, obwohl der ja schon missgestalt ist. Ne, vor allem, warum sieht denn dieses... dieses Viech vom Gesicht genauso aus wie die Leute? Das ist, äh, ein bisschen komisch. So, komm. Es ist kalt. Ich muss auf die Toilette. Es ist kalt, ich habe Hunger. Ich muss auf die Toilette. So. Dann wollen wir mal wieder raus. Die Frage ist, wo sind sie? Sind sie wieder da unten? So. Warum frage ich eigentlich so blöd? So, hier war noch einer. Den habe ich genau gehört. Da vorne. Warum rennen die denn immer weg? Ja, das war natürlich zu spät, mein Lieber. Die Leute haben bestimmt mit Kühen oder Bullen verkehrt. Das kann natürlich auch sein. Ich bin mir über diesen Illiger-Stammbaum gar nicht mal so bewusst, wie das da abläuft. Ich glaube, ich möchte auch gar nicht wissen. Bekämpfen die sich gegenseitig? Scheint so, ne? Ich helfe mal ein bisschen. Ich helfe mal ein bisschen. So ist gerade ein bisschen am Schlieren. Sorry. Ich weiß nicht, woran es liegt. Warte mal, jetzt geh doch mal hier hoch. Ja, sorry natürlich fürs Pferd, ne? I'm so sorry, but, äh... Du bist natürlich in einer ganz schlimmen Position hier. So, und jetzt noch... Du, ja komm, gib mich auf den Sack. Ein Räuber. Es ist bestimmt das Pferd, verkleidet. Nein, das arme Pferd. Gott sei Dank ist es nicht gestorben. Ich hoffe, es ist kein Zauberer. Äh, da hätte ich keinen Bock drauf jetzt. Das sind bestimmt ganz perverse Schweine. Perverse Brot. Perverse Brot. Ach, da ist er ja. So, alles klar, ciao. Noch ein Überfall. Sag mal, wie viele Überfälle gibt es denn noch? Ja, wir können hier in Ruhe looten und, äh... Oh, ich will doch einfach nur hier die Stadt ausnehmen. Das kam irgendwie von hier hinten, ne? Ich meine, die sind wieder hier unten. Ach, guck mal. Jetzt gibt es auch noch hier Reittiere, oder was? Oh, der hat mich natürlich gut erwischt. Ja. Im Wasser sind die nicht so gut, ne? Ja, der gibt mir zwar ein bisschen Aua, aber so, ciao. Hm. Nee, so schaffe ich das nicht. Ja, ja. 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 Oh, dieses Düsterkeit, ne? Das geht mir so auf den Sack. Blindheit. Das ist das Ding, die Fiete und... Ach, jetzt ist das schon wieder so ein Scheiß, ey. Mein Gott. Ne, du kriegst den... Du kriegst den hier nicht zu fassen. Vor allem diese Schnecken. Okay, dann mach ich erst mal die weg. Das ist es, okay. Ich weiß nicht, du kriegst den hier. Ich weiß nicht, du kriegst den hier. Aber das ist das Ding. Und, du kriegst den hier. Ich weiß nicht, du kriegst ne?